Das Ganze hat 2007 angefangen. Da haben wir unsere allererste Annahmestelle eröffnet. Die war in der Stadt, eine sehr lebhafte Straße und da hat alles begonnen. Ich konnte von dem ersten Tag an wirklich zeigen, so, das und das machst du, so wird das aussehen. Ich habe natürlich auch woanders ein bisschen abgeguckt und habe auch so für mich entschieden, das ist eine tolle Annahmestelle, so ähnlich könnte die ja auch bei dir wirken. Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass mir die Selbstständigkeit gut liegt, dass mir das gefällt, die Unabhängigkeit auch, aber auch die Sicherheit zusammen mit einem verlässlichen Partner wie Westlotto. Es gibt klare Vorgaben, es gibt immer einen Ansprechpartner bei Nachfragen, es gibt eigentlich keine Probleme. Wenn es Probleme gibt, kümmert Lotto sich darum, sei es Terminalausfälle oder Ähnliches. Es gibt ein gutes Gefühl der Sicherheit. Den Laden gibt es jetzt seit 90 Jahren und ich wollte mich einfach selbstständig machen, um mich selbst zu verwirklichen, um meinen Tagesablauf selber zu bestimmen. In meinem alten Beruf war ich sehr viel unterwegs, war sehr viel auf der Autobahn, stand an dem Stau. Mittlerweile ist es halt so, dass ich im Grunde nur noch zwei Minuten bis zu meinem Laden habe und kann mir jetzt meine Freizeit auch selber einteilen. Ich bin super zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich kann mir noch vorstellen, einen anderen Laden noch mit dazu zu nehmen. Ich bin sehr stolz darauf. Trotz Vorgaben kann ich mich komplett verwirklichen, das ist überhaupt gar kein Problem. Man kann ganz viel von sich selber einbringen. Ganz wichtig ist, dass man Spaß an der Arbeit hat, Spaß im Umgang mit Menschen hat. Man sollte schon ein gewisses Zahlenverständnis haben und dann kommt der Rest fast von alleine. Vor vier Jahren sind wir in die neuen Geschäftsräume gezogen, haben uns von der Gesamtfläche fast verdoppelt. Es hat Gott sei Dank funktioniert. So ein typischer Tag fängt so an. Ich fahre morgens hin, räume erstmal die Zeitung ins Regal, öffne die Kassen, eröffne den Laden, nehme die ersten Kunden in Empfang. Parallel kümmere ich mich darum, was für Ware fehlt. Ich schreibe Einkaufslisten. Genau so die Rubbellosteke muss aufgefüllt werden. Dienstpläne erstellen, Urlaubspläne erstellen. Meine Angestellten, das sind meine Azubis. Ich habe insgesamt drei. Meine Azubis fangen erst dann an, wenn sie in der Westlotto-Schulung waren. Die werden dort erstmal sehr gut eingearbeitet. Da ich neun Mitarbeiter habe, habe ich eine große soziale Verantwortung. Und mir ist es sehr wichtig, dass die Gehälter pünktlich bezahlt werden. Dadurch ist es sehr wichtig, dass ich einen verlässlichen Partner wie Westlotto an der Seite habe. Um sich eine Existenz aufzubauen, ist das einfach die ideale Voraussetzung. Westlotto bietet allen die gleiche Chance. Westlotto ist auf jeden Fall eine tragende Säule von meinem Laden.